Baby! Hey, hey, hey! Ihr sucht euch den Verteidigungs-Vlog auf und dann drückt ihr auf Wiedergabe, drückt drauf und drückt auf Wiederholung teilen. So, das muss recht schnell gehen, deswegen empfehle ich euch dringend beide Daumen zu benutzen, also den linken Daumen da bereithalten, um da das Feld zu öffnen. Und mit dem rechten Daumen drückt ihr dann auf Wiederholung, drückt sofort mit dem linken drauf und dann auf Wiederholung teilen. Man hat das eben schon ganz kurz gesehen, also das funktioniert blendend. Ich zeig das hier einfach nochmal, es funktioniert natürlich auch mit Angriffs-Vlog, also ihr drückt, macht das vielleicht sogar schon so bereit, also das kann man auch so machen, aber ich hab's so gemacht, wo es auf jeden Fall funktioniert, ist, ihr drückt auf Wiederholung. Also, und dann sofort auf Wiederholung teilen. Man sieht dann ja auch kurz noch, also das funktioniert. Im Clans könnt ihr dann nachgucken, also so könnt ihr auf jeden Fall diese 30 Minuten Wartezeit umgehen. Ist jetzt nicht sonderlich sinnvoll, aber man kann das machen, genauso wie Clash of Clans Glitch. Ne, das ist jetzt auch nicht so, der Brüller. Aber manche Leute mögen das, also das ist für Leute, die viel angreifen, sehr hilfreich. Ich schreibe hier nochmal eben, dass ich drehe, damit die hier nicht andauernd die Zeichen aufplotten. Mich stört das, braucht euch nicht stören. Ich demonstriere es hier einfach noch ein drittes Mal, also es geht unendlich, es ist nicht nur zweimal irgendein Bug, sondern es geht wirklich die ganze Zeit. Ich mach jetzt einfach nochmal den hier. Man sieht schon Wiederholung geteilt und das Feld ploppt auf. Also, das war's mit diesem Video und dann sag ich, ciao. Bis zum nächsten Mal.